Heyo, Ladies und verehrte Gentlemen, willkommen zurück nach dem übelst schwierigen Rätsel hier in, oh hier können wir was machen, äh, übelst schweren Rätsel hier, in der Bibliothek können wir weiter, schauen was uns hier erwartet, ein Blitz ist eingraviert, sollen wir eben mal blitzen oder was, holen wir mal Blitzer hier, Ich glaube schon, das hat das Geräusch gehört, das ist so, vroom, ist auch geil, bringt uns das jetzt hier irgendwas, das ist jetzt le question, also ich höre irgendwas ticken, ist die Frage, jetzt bleibt es unten, ich glaube schon, ich hoffe mal, sind wir an einem Platz, der meiner gebührt, aha, was haben wir hier noch so, ein rotes Triotech, machen wir gleich mal, Okay Oh Gott, so viele Rätsel, ich hasse es Was, was steht da? Zertrümmerungen stehen an meiner Seite Na, jetzt, warte, jetzt schon, ja Ah Okay Muss also immer das machen, was da steht Warte, ein Platz, der mir, warte, was haben wir hier Die Kerze ist aus, machen wir es doch mal an Ups Magie, Feuer Ist das jetzt irgendwas? Ne Jetzt müssen wir alle anzünden vielleicht Feuer Ich will das anvisieren, ich will das da anvisieren Um noch eins zum anzünden Ein Platz, der mir gebührt, müssen wir da vielleicht drauf springen Warte, schauen wir gleich Zünden wir erstmal alle Kerzen an Ich hab gesagt, zünden wir jetzt kurz alle Kerzen an Auch dich Oh Mann, hier Magie So, da haben wir noch Die brennen schauen noch da drüben, oder? Ja, perfekt Damit das irgendwas bringt Ich will das hier anvisieren Okay, aha Da haben wir es doch schon Emblem-Splitter, okay Jetzt haben wir zwei Emblem-Splitter Und hier muss ich auch noch irgendwas machen Was sagt der? Ein Platz, der meiner gebührt Muss wir das schieben irgendwie vielleicht? Andere Richtung schieben vielleicht? Ah, okay, so Ja, perfekt Okay, was ist das für eine Truhe? Beziehungsweise, wo ist die? Wo ist die Truhe? Ich will diese Truhe haben Ah, da unten steht sie Meine Truhe Ja, ich will die Ich will diese Truhe haben, sag ich Nein Nein Nein, geh doch dann da runter Danke Was haben wir hier drinnen? Ein Emblem-Splitter So, jetzt haben wir drei Emblem-Splitter Da eh alles in diesem Spiel Drei ist Ich weiß nicht mal Das reicht Oder sind es vier Eingravierungen hier Äh, vielleicht Weil das Wasser angegangen ist Irgendwie Ah genau, da liegt es Da liegt es ja Emblem-Splitter Da haben wir das letzte auch Hör auf, darunter zu sliden, Sora Das ist kein Ponyhof hier Und da haben wir das dritte Äh, das vierte Bamf Und damit hätten wir das Ganze schon Nice Jetzt können wir in die Hauptkammer wahrscheinlich Oder was erwartet uns hier Das ist Rico Achso Es gehörte mir Eins musst du wissen Dem starken und reinen Herzen soll das Schlüsselschwert gehören Was? Mein Herz soll schwächer sein als seins? In dem Augenblick war es das Wie dem auch sei Du könntest stärker werden Du hast die Tür zur Dunkelheit furchtlos passiert Und bist nicht vor ihr zurückgeschreckt Tauche tiefer in die Dunkelheit ein Wer ist das denn bitte schon wieder? Dein Herz wird noch stärker Was labert der? Was soll ich tun? Es ist ganz einfach Der tut alles, um besser zu sein als wir, oder? Öffne dich der Dunkelheit Das ist alles Lass dein Herz eins werden mit der Dunkelheit Es ist ja noch besser geworden, oder was? Na, oida So ein Arsch Jetzt können wir bald nicht mehr besiegen Der arme Rico wird auch nur von allen benutzt Äh, falsche Richtung, falsche Richtung Aber hier kommen Gegner Das kann ich dir auch mal besiegen Also wir kämpfen, besser gesagt Bam, bam, bam Es ist sanft Bam Komm her Ah, die sind auch neu Oh, die sind nervig An die hab ich mich noch dran erinnert Bam, oida Ja, genau Ja, genau Weil die das da können Was übelst nervig ist Weil ihr es noch nicht gecheckt habt Oder nicht gemerkt habt Komm, jetzt kommst du noch dran Oh man, ich will doch den anderen greifen Mann Hier, Targeting-System Nerv nicht Ich hab gesagt, nerv nicht Gut, dann haben wir erstmal den da hier weg 120 Punkte, oida Das ist schon echt krass Gut, dann bist du jetzt erstmal dran Danke Kurz mal Goofy heilen Und kurz mal Donald heilen Und kurz mal selber heilen Gut Jetzt haben wir hier Massenheilung Äh, haben wir hier noch irgendwann Dann haben wir eine Vase Die wollte ich zwar nicht kaputt machen Aber von mir aus Dann glaubst du halt das dran Ah, hier haben wir noch ein Nice Das ist die Frage Ah, da haben wir noch Da haben wir noch einen Oh man Achso, okay Das ist im gleichen Punkt jetzt teleportet Finde ich sozial Gut Gehst du nicht weiter? Warum sind wir eigentlich hier wieder rausgerannt? Weil da 32 Punkte Ist schon krass Kann man jedenfalls lassen Okay, da muss man aufpassen Weil wie viel Goofy einsteckt Bitte mein Freund Warte, geht's hier jetzt weiter oder nicht? Liftschacht Doch, ich glaub hier geht's sogar weiter Oh nein Das war das Oh mein Gott Da muss man auch noch Oh Gott Ah, da kann ich mich noch erinnern Das war verdammt nervig Au Ich weiß nicht mal, ob ich das ohne Komplettlösung schaff Also bis jetzt hab ich auch alles geschafft Also Obwohl, nein Einen muss ich nachschauen Muss ich nachschauen Irgendeiner Welt, was ich als nächstes machen muss Gut, dann aktivieren wir mal das hier Nach oben Nach oben Was bringt mir das? Was sagt mir? Was will es mir sagen? Aha 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 Und die kommen wieder nach unten Interessant Vielleicht frage ich mich noch, was die andere Türe macht Was will ich das noch untersuchen? Nach unten Nach oben Okay, hier können wir praktisch umstellen, welche Richtung wir wollen Was? Eingang irgendwas? Ah, sind wir wieder hier Die Frage, ob wir hier sein wollen Aber nicht die Viecher Weiß nicht, sind wir denen schon mal begegnet? Ich weiß gar nicht Ich glaub schon, oder? Ich glaub Wo sind wir denen schon begegnet? Ich glaub in der Captain Hook Wells Aber es gibt auch die Muskeln in den Beinen von denen Das ist krank Den ganzen Tag nur am trainieren, oder was? Wie Goofy halt einsteckt Nein, nein, nicht runterfallen Komm her Oh, nein, man nervt auch nicht so Wo sie denn? Da ist er Danke schön Okay Fahr Dann fliegen wir halt mal dahin Okay Dann fliegen wir dahin Dann hätten wir schon mal die Chest hier Hoffentlich ist hier was Gutes drin Ori Irgendwas, was? Äh Atom Truhe Da Äh, irgendwas Ori Da, das Da ist das seltenes Metall Von dessen Existenz Nur wenige wissen Ein Moki kann bestimmt weiterhelfen Okay Oh, da könnten wir auch noch rüber Warte, machen wir mal hier Fliegen wir mal dahin Oh, hier kann man ja voll Parcours neu da Sau cool Was haben wir hier? Sanctus Gummi Das bestimmt auch so geil Erstmal wieder auf den Lift hier So, und dann will ich noch zu dem anderen wieder Da, 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 da Habe ich keinen Bock das hier alles nochmal zu machen Okay Genauso, perfekt Oh, da drüben ist auch noch was, sehe ich gerade Was macht das dir? Ah, okay Das aktiviert das Komm her Perfekt, dann kommen wir da auch noch hin Chilled Oder kommen wir da hin? Ne, da kommen wir glaube ich nicht mehr hin Wie sollen wir das bitte kriegen? Ach, keine Ahnung Was weiß ich? Was haben wir hier noch? Oh Gott, das ist so kompliziert hier Ich weiß nicht, wo ich hin muss Wo ich hin soll Was ich machen soll Der ganze Lift hätten wir noch machen können Der ganze Lift-Schacht da Was ist das denn bitte? Alter Schwede Wo bringt es das hin? Das ist aber ziemlich groß Das macht mir Angst Hier kommen bestimmt gleich Gegner oder so Wo bringt es das bitte hin? Ich mach gerade irgendwas Äh Denk nicht, dass ich ne Ahnung hab Ich wette, mit euch Hier kommt Gegner Während die Fahrt hier ist Wo fahren wir denn überhaupt hin? Bitte nicht wieder nach unten Da wusste ich doch Eigentlich können wir nicht runterfallen Das ist schon mal etwas praktisch Ich mach richtig nice Damage Ich mein, das ist eigentlich perfekt Hier ein bisschen leveln Was wäre besser? Da haben wir noch ein Viech Ah, okay Nach jedem Kampf müssen wir es untersuchen Okay Gut zu wissen Wo kommen wir aber hier hin? Das ist hier die eigentliche Frage Wir kommen einfach nur wieder zum Anfang Kommen wir noch mal Gegner oder? Sind das hier schon Endstation? Ha, dann können wir kurz Donald healen Ist hier Endstation? Ah, hier ist Endstation Okay Nur ein Kampf Weil easy going Oh, wow Blaust Trio Aber erstmal mach ich die Kiste auf Anti-Sat-Kuppie Yay Geil So Was bringt uns das? Drei Items Fehlere Exilhütte Und Hütte Okay Und hier kommen wir Wohin? In den Liftschacht wieder Okay Das ist schon ein kleiner Kleiner Kreislauf hier Ähm Okay Jetzt aktivieren das Trio einfach mal Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir eine Ebene höher Und schau, ob es da eine Türe gibt Ist das hier was Neues? Hier kommen wir in Außenwand Waren wir da schon mal? Sind wir hier? Oh mein Gott Ah, da ist eine Kiste Okay, waren wir anscheinend noch nicht Oh, jetzt schon wieder so Und auch hier, Herr Karlund Wo kommen wir hier hin? Ah, es bringt uns jedenfalls nach oben Oben ist immer gut Weit hinaus Ähm Was sind wir hergekommen? Okay Meine Güte, das ist hier kompliziert Sag ich doch Ich hab's doch am Anfang vom Level gesagt Kompliziert Viele Wege, viele Türen, viele Lüfte Oder ums noch so ne Teil Fag ich mir, wer da reinkommt Vielleicht irgendwie mit Ah, ich weiß wie Ah, ich glaub ich weiß wie Muss man auch erstmal drauf kommen Also wenn's das ist, was ich denke Was ich sehr stark hoffe Okay, wir können's Ah, wir können's anvisieren Ich weiß was es ist Es Würde sich fast nochmal lohnen Nach unten zu schauen Leute, das kennt ich hier Vor allem das Schlimme ist halt an dem Spiel Man hat immer Angst, irgendwas zu übersehen Also ich jedenfalls Weil irgendwie Ich hab nie dieses Gefühl, dass ich alles wirklich erkundet hab Ich hab jetzt so viele Wege ausgelassen So was hasse ich eigentlich in Spielen Ah, nice So, jetzt zeig ich euch, was ich meinte Und zwar, warum geht das Gravita Aha, da sag ich doch Bin ich ein Genius oder was Blitzkarring Bringt uns zwar nix, aber egal So Was bringt uns das da hier Okay, das ist glaub ich gut Hoffe ich mal Okay, dann schauen wir mal hier rein In den Liftschacht mal wieder Oh ne Okay, ich glaub wir sind aber ziemlich weit oben vom Liftschacht Ein sehr gutes Zeichen Ahm, nice Wir haben noch ein Viech Bisschen weiter Bisschen Abstand halten Damit es uns nicht erwischt Wenn's wieder kommt, genau Alter, wie Goofy und Donald einfach kassieren Aber wir heilen sie fast mit einem Ding voll Das ist natürlich ziemlich nice Zack Komm Komm noch her Sag doch, komm her Okay, Maximum AP für Donald Nice Ich kann mir da mal schauen, ob wir ihm was Neues geben können Oh ja, was machen die da bitte? Mal kurz Goofy heilen Sag doch mal kurz Goofy heilen Ja, Goofy muss aber echt einstecken Warum nicht, dass so viel Schaden in letzter Zeit Ob er so viel Leben hat Oh Kommt da Eis raus Da bringt gar nichts dagegen, wenn er den Angriff macht Das ist natürlich ziemlich Äh, bescheiden Sag ich jetzt mal Au Ja, was wusste er Da So Bam Nice Wecker uns Kurz Goofy heilen Jut juts Hier können wir nur hier durch oder was Hier kommen wir in Erker der Schlacht oder sowas Oh mein Gott, wissen wir jetzt Okay, ich habe jedenfalls rechts oben schon wieder eine Schlacht gesehen Die haben wir uns natürlich auch gleich dann schnappen Ah, ich wollte noch kurz gegen Level eingeschauen, gell Habe ich jetzt vergessen Können wir auch den Kampf machen Oder wie wir weggeowned haben Komm her Nice Weggeowned Nice Weggeowned Nice Weggeowned Weg noch einer Da liegt noch einer Nice Oh Gott, das ist nicht schon wieder die Die kann sie auch weglassen, oder? Komm her Okay, du kannst die Kleine hier fertig Die inzwischen schon 16p bringen Oh meins Okay Können wir da einfach nur Angriff spammen Dann dürfte das auch nicht so allzu schwer sein Komm her Genau Perfekt Und du auch noch Oh Serious Nice 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 Gut, dann wir sehen wir da kurz an Machen da Gravitra drauf Können wir es nicht öffnen, oder so? Sagt er öffnen Du wirst mich auch verarschen Achso, wir dürfen es nicht anwiesen Das verstehe ich Und Welpen Der 99. Welpe Ist das nicht der letzte? Hm Und da können wir jetzt Ah, okay Ich verstehe Sind wir hier auf einem recht guten Weg hier? Ich habe da irgendwie das Gefühl, als ob ich es auch viel übersehen habe Nein, 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 nein Nein, nein, nein Schlechte Idee hier runter Rumzuspringen Donald hat es schon runter gehauen Ach komm Ach komm doch Ah Ganz ehrlich, ich will nicht, dass es mich jetzt noch runterhaut Okay Okay, nice Kurz Goofy heilen Nice So, dann aktivieren wir das hier mal Dann dürfen wir jetzt hinter uns wieder nach oben gehen Perfekt Haben wir hier noch irgendwas vielleicht? Mit Kiste oder so? Hier geht es wo rein? Ah, in den Liftschacht Da will ich jetzt auch nicht rein Ich will jetzt hier nach oben Genau Hier haben wir den Chest schon mal Hört vielversprechend aus Greife ich nicht zu oft an Weil ich will, wie gesagt, nicht, dass ich da runterfliege Oh ja, wie viele Viecher hier sind Müssen die das unbedingt hier draußen machen? Künstlich die Spielezeit in die Länge ziehen Indem er oft runterfällt Oder was? Nicht bei mir Oh, ich glaube, er hat gerade sich Ike halt irgendwie Naja Heilen ist immer gut Oh, oida Wie viele Leben, die dem gerade gezogen haben Habt ihr es gesehen? Mit einem Schuss, ein Drittel oder so Kurz nach Donald heilen Nice Ein Eater Gut, dann können wir hier noch kurz Was? Wo? Wo ist der letzte Typ? Ah, da also Da ist er ja Der kleine Bam Angriffskraft, nice Apropos, Level Up Wollte ich eigentlich schauen, gell? Final LXC und ein Checkpoint wäre mal nicht schlecht Äh, Ability, Wert Ich glaube, Donald, ja genau Donald Kann jetzt mal Esprit machen, nice Nice, nice Gut, dann aktivieren wir das hier Und schauen mal, wo wir hinkommen Ein Checkpoint wäre echt mal wieder nicht schlecht Was macht das jetzt bitte? Ach Gott, was weiß ich Wir hätten jetzt wieder einen Aufzugsschacht In den Liftschacht Oder was hat das geändert? Das schaue ich mal gerade Hat es den fetten Lift geändert? Das ist natürlich jetzt die Frage Aber wenn es den fetten Lift geändert hat Dann sollten wir den fetten Lift nochmal nehmen Nehmen Wo war denn der fetten Lift? Ha Ich würde schon erstmal nochmal in den Aufzugsschacht Aber wisst ihr was? Ich mache mal hier nur kurz eine kleine Pause Und wir sehen uns dann nächstes Mal nicht, dass die Folge hier zu lange wird Äh, heilen wir noch kurz Goofy Weil wir so nett sind Und dann hoffe ich mal, wie euch hat es gefallen Ziemlich kompliziert hier alles, aber Wir schaffen das schon, also Bis zum nächsten Mal Ciao 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 Ciao